Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Analyse des ersten FC Nürnbergs. Der FCN spielt ja bislang eine sehr enttäuschende Saison. Man hatte einen Trainerwechsel von Robert Klaus zu Markus Weinzierl. Aktuell ist man auf Platz 11 und natürlich ist man nicht zufrieden, denn eigentlich wollte man ja im Aufstiegsrennen eine gute Rolle spielen. Die Winterpause will man natürlich nur nutzen, um neu anzugreifen. Aber einen Rückschlag gab es ja schon. Stammkeeper und Führungsspieler Christian Martenia hat sich eine Schulterverletzung im letzten Hinrundenspiel gegen Paderborn zugezogen und fällt ziemlich sicher, so war die offizielle Aussage für den Rest der Saison aus. Die Nummer 2 ist ja Karl Klaus. Logischerweise spricht man auch nochmal schnell darüber, dass er es jetzt vielleicht machen wird, der bislang einmal im Pokal spielen durfte. Dahinter gibt es mit Jan Reichert ein junges Torwart-Talent. Ob das aber wirklich ausreicht, ist für mich eine zentrale und wichtige Frage. Deswegen habe ich mich mal auf dem Torhütermarkt umgeschaut und fünf Kandidaten für Nürnberg gefunden. Ein aktuelles Gerücht führt uns in den Ruhrpott, welches wir hier auch aufgreifen, bevor wir gleich auf Namen schauen, die bislang noch gar nicht mit dem Klub in Verbindung gebracht wurden. Aber jetzt geht es, und ihr seht es ja schon, logischerweise um Michael Esser. Unter anderem hat der Kicker vom Interesse gemeldet, Dieter Hecking sei am Routinier interessiert. Der 1,98 Meter große Keeper ist ja mittlerweile 35 Jahre alt, sehr erfahren und wäre eben dann auch eine typische Soforthilfe. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, hofft der FCN, dass der VfL Bochum keine oder zumindest mal nur eine geringe Ablöse verlangt. Auch weil Esser ein verdienter Spieler ist, seine Rolle als Nummer 2 voll annimmt und so vielleicht noch einmal die Chance hat, auf einen Stammplatz bei einem anderen Verein. Trotzdem gibt es für mich hier noch ein paar Fragezeichen. Fragezeichen. Esser ist ja gebürtig aus Castor Brauxel, sprich, er spielt aktuell direkt in seiner Heimat. Möglicherweise wird er auch bald seine Karriere beenden, sprich, warum sollte er daran noch mal etwas ändern? Und natürlich kann er beim VfL diese Rolle als Nummer 2 vielleicht auch noch mal ein, zwei Jahre länger innehaben, bevor seine Karriere endet, als jetzt noch einmal das Wagnis zu unternehmen bei einem anderen Klub anzugreifen. Denn natürlich ist hier die große Frage, wie lange sein Vertrag in Nürnberg dann überhaupt laufen würde. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass man ab Sommer neben Martenia und Klaus einen weiteren Routinier bezahlen will. Man würde Esser wohl nur einen Vertrag bis Saisonende geben. Wenn aber eben Michael Esser das will und noch einmal zumindest in der Rückrunde ein Stammkeeper sein möchte, dann ist das sicherlich eine gute Sache. Meiner Meinung nach liegt das vor allen Dingen auch an ihm selber. Blicken wir zur Zweitliga-Konkurrenz, besser gesagt zu Arminia Bielefeld. Denn dort kam Stefanos Capino 2021 als Nummer 2. Aber mit der klaren Perspektive bei einem Ortega-Abgang Stammtorhüter werden zu können. Genau das ist auch im Sommer passiert. Die Leistungen des Griechen waren aber nicht komplett überzeugend. Und dann hat er sich auch noch verletzt. Seitdem ist Martin Freisel im Tor der Arminen gesetzt. Da Arne Schulz als Nummer 2 die letzten Spiele auch auf der Bank saß und nicht Capino, der da aber wieder fit war, wird der 28-Jährige sicherlich mit seiner Rolle unzufrieden sein. Auch hier haben wir ein Vertragsende 2023. Ein Abgang ist somit vorstellbar. Aber auch hier wäre die Problematik der Langfristigkeit. Denn eigentlich braucht ja Nürnberg nur ein Keeper für die Rückrunde, keinen generellen Herausforderer für Martenia. Trotzdem bringt Stefanos Capino spielerische Fähigkeiten mit, die sehr helfen können. Eine Personalie, die vielleicht auf den ersten Blick komisch erscheint, aber voll Sinn machen kann, ist Lennart Grill. Aktuell ist der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler vom Bayer Leverkusen zur Union Berlin verliehen. Und das bis Saisonende. Deswegen steht auch hier Vertrag bis 2023. Bei Leverkusen läuft sein Vertrag noch bis 2024. Grundsätzlich bedeutet diese Laie natürlich erstmal eins. Eigentlich ist Grill im Winter gar nicht verfügbar. Wenn man aber dann mal drüber nachdenkt, dann kann eine Laie nach Nürnberg deutlich mehr Sinn für alle, außer vielleicht Union machen, die dann natürlich einen neuen Torwart hinter Renau brauchten. Denn beim Hauptstadtklub ist der 23-Jährige nur der Backup von Frederik Renau. Und in dem Alter, wo Grill ist, nach seinem Wechsel zu Leverkusen schon wenig gespielt, muss deutlich mehr Spielpraxis bei ihm rumkommen. Und sollte es deswegen vertraglich möglich sein, dass Leverkusen die Laie auflösen kann, dann würde ich das aus Bayersicht machen und Grill ins Frankenland verleihen. Denn dort kann er spielen, Nürnberg bekommt günstig einen Torwart und das eben auch nur für die Rückrunde, bis Martenia wieder fit ist. Eine ähnliche Personalie wie Stefanos Carpino, zumindest mal von den Rahmenbedingungen, ist auch Leopold Zingerle vom SC Paderborn. Bei den Ostwestfalen war Zingerle jahrelang die Nummer 1, musste seinen Stammplatz aber ja schon vor längerer Zeit für Yannick Huth räumen. Seitdem ist er der Pokal-Torhüter, nicht mehr und nicht weniger. Da sein Vertrag ausläuft, kann ich mir auch schon ganz gut vorstellen, dass Paderborn ihm keine Steine in den Weg legt. Auch weil er eben diese Rolle ohne Meckern akzeptiert hat, sich immer reinschmeißt und natürlich auch ein verdienter Spieler ist. Mit einem Wechsel zu Nürnberg würde der gebürtige Münchner auch wieder näher Richtung Heimat ziehen. Vielleicht ist auch das ein Argument, wäre aber eben auch ein potenzieller Herausforderer für Martenia ab Sommer. Denn, dass er nur für ein halbes Jahr kommt, glaube ich nicht. Ein starker Keeper ist Leopold Zingerle aber allemal, deswegen sollte sich Hecking auch mit ihm beschäftigen. Eine weitere Lösung habe ich noch in der Bundesliga gefunden und das als kurzfristige Lösung, als wirklich auch klarer Ersatz für die Rückrunde. Tomasz Kubek. Der Tscheche kam ja 2019 fürs stolze 7,5 Millionen Euro zum FC Augsburg, hat seinen Stammplatz nach schwachen Leistungen aber vollkommen zu Recht eben auch verloren. Nachdem sich Rafa Giekevic im Oktober verletzte, durfte Kubek aber viermal ran und hat meiner Meinung nach auch eine ganz gute Figur gemacht. Deswegen ist er auch eine Option für Nürnbergs Tor, vor allem weil es vertraglich perfekt passt. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2024. Eine Laie ist somit möglich und da können alle von profitieren. Augsburg kann seinen Keeper in Schaufenster stellen und im Sommer natürlich dann auch nochmal eine Ablösesumme kassieren, wenn man eben da noch nicht weiter mit ihm plant und ihn 2024 eh ablösefrei abgeben würde. Und Kubek kann sich ein halbes Jahr in den Kastenstellen wertvolle Spielpraxis sammeln und der Grupp hat einen starken Ersatz und das eben auch nur bis Martenia wieder da ist. Das kann passen. Kommen wir zum Fazit unserer Torhütersuche für Nürnberg. Es gab ja schon mehrere Stimmen, sowohl intern als auch in Fankreisen, die gesagt haben, mit Karl Klaus kann man in die Rückrunde gehen als eben dann Stammtorhüter. Ja, das kann man auch so sehen, aber wenn man sich den Torwartmarkt anschaut, dann merkt man schon, dass es verschiedene Optionen gibt, die möglicherweise auch nochmal mehr Sinn machen. Neben meinen fünf genannten gibt es nämlich auch noch ein paar weitere. Da kann man noch über einige Namen diskutieren, aber ich glaube, mit diesen fünf Vorschlägen konnte ich auch ganz gut darstellen, welche Optionen es eben gibt per Laie, per Kauf, kurzfristig, langfristig als Herausforderung für Martenia, vielleicht ab Sommer oder eben dann wirklich nur als klarer Ersatz für die Rückrunde. Und da machen sicherlich Esser, Capino, Grill, Zingerle und auch Kubek durchaus allesamt Sinn. Und jetzt seid zu guter Letzt noch ihr gefragt, welcher meiner fünf Vorschläge macht am meisten Sinn für Nürnberg? Welchen Torhüter gibt es vielleicht noch, den ihr auf dem Zettel habt? Und auf welche Mannschaft sollen wir hier in der Format auch nochmal drauf schauen, auf welche Positionen analysieren? Welche Spieler soll ich mal raussuchen? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.